So, wir sind kurz vor der Jagd angekommen. Mr. Nash? What? Who did she call this time? It's Malachi Burnett. I'm waiting for you at the proposed location to hunt for black wildebeest. Oh, now she calls the correct person. Perfect. Third time, maybe a charm should be their slogan. I apologize. I don't follow. Doesn't matter. I won't be there today. I've had enough of heat and animal smells, and I need to be in perfect shape for my afternoon meeting. If I understand correctly, you won't be attending, as well as the rest of the group? Yes, you are correct. You could have let me know when you messaged me last night, or in the note you left on the lodge. Look, I was indisposed last night. Hey, we're wasting your time right now, and as an entrepreneur, I understand there is nothing more annoying than that. You already have the permits and everything. You can go get the wildebeest yourself without amateur brats standing behind and asking dumb questions. This is a unique experience some get to see once in their lifetimes, and you paid a large sum for it. Yeah, and it's our money. It's not like we care. I'm making sure you enjoy your time here to the fullest. That's our company's motto. At least I think it is. Oh, so you worry about your review. You! I understand. You will get your five stars and a tip. Now, I really have to go. Later. I guess the lecture I practice will only reach my ears. But he's not wrong. Sidney wants me to fill up the lodge with taxidermies anyway. Hello, group, and welcome to the Black Wildebeest hunting. Do not mistake this animal for the Blue Wildebeest. The easiest way to differentiate between them is to look at their tails. Black Wildebeest have white or creamy tail hair, as opposed to Blue Wildebeest with black tail hair. Also, observe the color of their coat. Black Wildebeest are more consistent, typically dark brown to black in color. Blue Wildebeest are mostly blue-gray. Another option is to look at their horns. Do they curve forward? If so, you are looking at a Black Wildebeest. If they curve sideways out from the head, it's a blue one. I should stop. Hayley laughs at me when she sees me talking to myself. Oops. Ich würde aber sagen, wir gehen gleich hier weiter. Wenn wir schon hier sind. Lassen wir das Auto mal stehen. Wie gesagt, herumgefahren wird er noch. Auf jeden Fall. Bring Bock. Männlich. 300. Versuchen wir hinzukommen. Wind geht perfekt. Und dann geht es weiter. Mhm. Keine Ahnung, wo der steht. Ah, da kommt er. Oh, ne Junge. Aber schlechte Fitness. Oh, ne Junge. Gar nichts ab. Oh, da wann weißt du wann es genug dabei ist? Dabei ist, da wann weißt du wann es genug dabei ist? Oh, da wann es genug dabei ist? Wollte ich jetzt unbedingt probieren, weil... Ah, perfekt sind sie jetzt. Erwachsen war. Dass die dort sind? Springborg Ruhezelten hier. Oh. So, jetzt müssen wir wieder lang gehen, weil... Ich bin natürlich nicht über den getroffen. Hm. Sollte vielleicht auch noch einen Sicherheitsschuss abgeben. Ja. Das findet man nie. Erwachsen 2. Inventar. Inventar. Ja, Lockdown. Hier sind die Schwachen. Das ist natürlich super, wenn man da noch hier rauskommt. Ja. 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 Da. Da. Ja. Ja. Da. Da kommt jetzt einer. Hier. Zählt natürlich jetzt nicht mit der Mission, ist mir klar, aber jetzt wollte ich einmal nur ein Pnu haben, schauen wie der erste Schuss war, dann können die Tiere auch kennenlernen natürlich. Das sind dann eh welche, dann wollen wir uns dann eins mit einem Schuss und da hinten auch, also eh umgeben. Okay. Das ist anders in dem Fall. Hat auf jeden Fall geschafft noch paar Schritte zu machen, also er wäre wahrscheinlich gleich zusammen gewesen. Okay. 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 Und dann kommt der 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 Er sollte gepasst haben. Ja, das ist ein schönes Gebiet. Mehlkerns. Ja, das ist ein schönes Gebiet. Ja, sehr schön. Das ist ein schönes Gebiet. Herz gestrichen. Okay. Okay. Dann gehen wir mal einen Schuss auf der Spur. Dann gehen wir mal einen Schuss auf der Spur. Na. Guck von mir. Ausgewachsener Einser. Ich weiß nicht, was er manchmal abhaut. Ja, aber ausgewachsener Einser, der muss weg. Ohne Widerrede. Ich weiß nicht. Das war genau dasselbe. Aber da sieht man, erster Schuss komplett in den Magen. Tief, deswegen ist er so gehüpft. Oh gut, weg hat er gehört. Ohne Widerrede. Dann kann ich nicht. Ohne Widerrede. Ohne Widerrede. Ich weiß nicht. Ohne Widerrede. Tan ist richtig. Okay. so bringt oft hier Kaffanbüffel weit ist er nicht gekommen hat der Schuss wirklich gepasst wow für das das ist ein Einsatz ausgewachsener Kno ein bock der Schrock Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben wir mal Katzenschwein. Wir trinken oft. Ja, da wusste ich nichts zu einer Mark oder den See besser gesagt. Denn hier trinkt momentan nichts bis auf das Knudel drüben. So. Okay, was ist da? Okay. 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 Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Okay. 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 Okay.